Es dampft, es raucht, die Maschinen laufen. Fabriken, Elektronik, Technik, Computer. Fortschritt. Es wird gehämmert, gebohrt, gesägt, getippt, bis man umkippt. Die Menschheit schreitet voran. Immer der Nase nach. Oder noch besser dem Geld entgegen. Und du steckst mittendrin. Die Zeit rennt. Und du mit ihr. Wohin? Vorwärts. Einfach weiter, schneller. Lauf gegen die Zeit, lauf weiter im Kreis. Und die Welt, die dreht. Und du stehst auf ihr, der Erde. Spürst die Sonne, wie sie auf dich niederbrennt. Stark, stärker als je zuvor. Die Räste ragen von der Erde aus empor. Die Böden vertrocknet, das Wasser versiegt. Ist das unsere Zukunft? Wo bleibt die Vernunft? Die Menschheit spricht vom Fischesterben, von Waldbränden, vom Willenmeer. Aber der Mensch, der will immer noch mehr. Mehr vom Leben, mehr vom Luxus. Mehr Häuser, mehr Reisen. Schneller da sein und dort. Dabei sein da und fort. Und du steckst mittendrin. Besuchst den Gletscher, oder was von ihm übrig ist. Schmilzt selbst unter der Hitze des Klimawandels. Der Schweiss tropft dir nur so runter. Tropenhitze im Norden. Manchmal macht es dir etwas Sorgen. Überlebst du den Tag, schaust du rauf in den Nachthimmel. Dunkelheit übergibt dich. Schon lange ist es her, dass du sie gesehen hast, die Sterne. Schon lange hast du nichts mehr gesehen in der Ferne. Eingehüllt im Smog des eigenen Fortschritts. Die Natur, sie antwortet auf den Egoismus der Menschheit. Und die Welt, die dreht. Egal was geht. In ihrem Tempo. Weiter und weiter. Wie lange bleibt es wohl noch heiter? Und der Mensch, der hekt weiteres. Hat noch viele Pläne. Und die Erde, die verliert dabei eine Träne. Und die Erde, die wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020